Kommt da runter. Ne, das dauert zu lange. Ab da. Ne, das dauert auch wieder zu lange. Ne, das ist eigentlich... Das ist alles sehr, sehr schlecht getimt. Ich denke mal, da komme ich auch nicht so dran. Ah, vielleicht kann ich die Kisten ein bisschen nach hinten schieben. Ja! Nein! Ach du Ochsen, kletter doch nicht weiter da hoch. Ey! Ach ja, jetzt... Limbo, Junge, was ist denn los mit dir? Oh oh. Scheiße. Nein! Verdammt nochmal! Ich bin jetzt nur noch am sterben. Juhu! Na, komm schon. So, probieren wir den ganzen Scheiß nochmal. Ach, jetzt springen wir auch nicht wieder in die andere Richtung. Junge, was ist denn los mit dir? So, jetzt aber... Nein! Wer zu früh ist, ist denn wahr? Ich will nur wissen, was da oben an der Leiter ist. Ich denke mal, da kommen wir wieder an so ein Archive mit ran. Das möchte ich euch doch gerne zeigen, wenn ich mich jetzt nicht so blöd anstellen würde. Okay, das ging schneller als alles andere. Naja, gucken wir mal. Nehmen wir jetzt einfach die nächsten. Genau. Duptiduptidu. So, jetzt drauf. Und da dran! Ach, verdammt! Ich darf mich nicht erst umdrehen. Verdammt, das ist das Problem. Probier uns... Ah, ich probier's jetzt einfach nochmal. Das dürfte jetzt nicht so schwer sein. Ist das auch eigentlich nicht. Ich müsste mich nur mal ein bisschen geschickter anstellen. Ne, das war jetzt ein bisschen zu früh. So, ich hoffe mal... So, jetzt warten wir nämlich ab, genau. Bis das Ding wieder hochploppt. Genau, und jetzt rennen wir da rüber. Oh, perfekt! Perfekt! Wenigstens hat das geklappt. Genau, was haben wir denn jetzt hier oben? Vielleicht mussten wir ja auch weiter. Ich weiß das jetzt gar nicht. Ne, da ist ein... So ein kleines Ding entweder. Na, klack! Juhu! Ja, so sind wir dann hierhin gekommen. Was ist jetzt los? Achso, ich kann die Dinger an... Ne, andersrum. So. Und hopp! Ne, das ist nicht richtig. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, perfekt! Perfektor! Und ruft da, genau! Oh, eine Todesstelle. Das ist nicht so schön. Ey! Was ist denn, wa? Ach, Junge! Und hopp! Ja, so, sag mal! Du blöder, kleiner Bursche! So, jetzt aber. So, ach, wieder Stromspielchen. Okay, was muss ich hier tun? Hm, okay. Okay, anscheinend muss ich da hoch. Was muss ich hier machen? Wahrscheinlich den hier hinstellen. Da oben ist ja auch ein Schalltag, keine Ahnung. Jetzt muss ich aber erstmal zusehen, dass ich da irgendwie hochkomme. Genau, so dürfte ich jetzt hier hochkommen. Genau. So, und bei der nächsten Schwingung habe ich verkackt. Okay. Dann halt jetzt. Oh! Das ist auch Mist. Verdammt nochmal! Oh! Hm. Das muss schon gut getimed sein. Der darf nicht zurückfahren. Na, komm! Äh, ne. Äh, tut, tut, tut. So. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. Ah, ist das Ding zu weit? Nein! Ach, ich bin noch ein Blödmann, ey. Ah, jetzt habe ich zu lange gewartet. Und es hat mir auch sofort das Leben gekostet. Verdammt. Ah. Genau, jetzt fahren wir nochmal zurück. Genau. Jetzt kommen wir nochmal hier hin. Genau. Jetzt aber. Und. Ach, jetzt habe ich die Lore gar nicht dahin geschoben. Verdammt. Äh, versuch's einfach mal. Ne. Ach, kacke! Okay, das habe ich jetzt vergessen. Ah, das war unnötig. Ja, egal. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Mach ich das nochmal eben. So, mal eben die Lore unter den Schalter geschoben. Und dann geht's auch schon weiter. Genau. Zack. So, das dürfte reichen. Und nochmal das kleine Spiegel mit der Leiter. So, mit der Leiter geht es heiter weiter. So, genau. Und hopp. Öp. So, jetzt dreht der nochmal eine schöne Runde. Und dann geht's lecker nach oben. So, jetzt schon mal. Und. Perfekt. Das hat bis jetzt alles sehr, sehr schön geklappt. Jetzt muss ich nur noch da reingekommen. Oh Gott. Nein! Ich glaube es nicht. Nein! Jetzt. Oh, jetzt habe ich den zu weit geschoben. Meine Herren. Ne, das glaube ich jetzt echt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie brisig bin ich denn? Scheiße. So, nochmal. Ja, der klappt ja runter. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Okay. So, bleib jetzt da stehen. Genau hier. Nicht, dass der noch leicht wegrollt. Ne, eigentlich nicht. Hm. Komisches Ding. Und hopp. So, und hopp. Auf ein neues. Ich hoffe mal, es klappt jetzt. Genau. Und zack. Und ich komme da hoch. Sehr schön. Ich hoffe mal, die Lore steht jetzt auch noch da. Ja, gut. Sie steht noch. Sie steht perfekt eigentlich. Und ich gehe nach dem, was jetzt passiert. Hm. Okay. Das gefällt mir nicht. Wohin geht die Reise? Okay, da ist eine Leiter. Ja, da gehe ich auch mal hoch. Behalte ich mich mal. Oh. Ach Gott. Das war ja zum Glück die richtige Entscheidung. Na, komm. Ja, ja. Wo geht's denn jetzt denn? Uah. Oh. Das war so klar. Dass mich das Spiel hier wieder trollt. Hm. Okay. Ach ja. Ich brauche das Ding aber als Plattform. Na, muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. So. Am besten. So. Das dürfte hoffentlich klappen. Lauf, 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 lauf. Ach, verdammt nochmal. Oh. Okay, da geht's auch schon. Hm. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht noch mit ein bisschen Aufrollgeschwindigkeit. Ich hoffe mal, das klappt. Ne, verdammt. Das wäre ideal gewesen. Mal gucken. Ja, so ist es nicht gut. Der braucht noch ein bisschen Auftrieb. So, perfekt. Jetzt aber. Lauf, 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 lauf. Gut. Was passiert jetzt schon wieder? Ach, jetzt dreht sich hier wieder alles. Nein. Oder? Doch. Oh Gott. Oh Gott. Lampe, komm mal her. Ich sehe nichts. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Oh, da ist eine Leiter. Oh Gott. Scheiße, wo muss ich jetzt lang? Oh, wow, 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 wow. Ähm. Was ist das? Kiste? Wofür? Ich sehe nichts. Was muss ich mit der Kiste tun? Naja, vielleicht da runter. Schmeißen, damit ich da laufen kann. Aber probier's mal. Ja, das ist kein Abgrund. Ach, dieses verdammte Mistding, ey. Da trollt es mich einfach wieder. Ach, ne, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Nein, scheiße. Ich hoffe mal, ich krieg das jetzt auch alles wieder so gut hin. Ne, hier muss ich ja bleiben. Okay, da ist die Leiter. Springen! Genau. Und jetzt? Okay, da fällt der Stein runter. Ach so, jetzt wieder. Zack, da dran. Genau. So, jetzt habe ich das geschafft. Ich brauche nur wieder die Kiste. Ah, da fällt sie runter. Wo ist sie denn da? Komm. Jetzt darf ich aber nicht wieder so großzügig da runterhüpfen. Und. Ja, komm jetzt. Na, 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 na. Gut, das hat noch einigermaßen geklappt. So, ist hier wieder Strom? Ach, keine Ahnung. Einfach mal laufen. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Hm. Äh. Hm. Ähm, ähm, okay. Können die kaputt machen? Keine Ahnung. So, ich muss das Ding kaputt. Ach, jetzt fährt das Ding ganz wieder zurück. Oh Gott. Ja, sehr schön. Jetzt ist das wenigstens kaputt gegangen. Jetzt kann ich auch hier weiter latschen. So. Ja, das ging eigentlich. Das war jetzt nicht so schwierig. So, aber was kommt jetzt wieder? Was erwartet mich nun? Okay, da kann ich hoch. Oder kann ich da noch nicht hoch? Nee, da kann ich noch nicht hoch. Leider nicht. Was haben wir denn hier unten? Okay. Hä? Ah. Ah. Okay. Warte mal, warte ich mal die hier. Vielleicht kann ich die ja dann ranzchieben und hochspringen und die da oben behalten. Hm. Keine Ahnung. Nee, rauskomme ich hier auch nicht mehr. Ähm. Achso. Ich kann mir hier auch nur so eine kleine Zeitverzögerung einbauen. Dann kann ich nämlich noch auf die Kiste. So. Genau, jetzt perfekt. So. Und so kann ich nämlich gleich die Kiste schön aufhalten. Bevor sie wieder da runter fliegt. Genau. Juhu. Perfekt. Ah, das klappt ja jetzt wie am Schnürchen. On top. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und was kommt jetzt schon wieder? Jetzt fangen jetzt wieder diese komischen Antigravitation-Spiechern an. Huch! Na, geh runter. Äh. Hä? Muss ich hier irgendwas mit der Kiste machen? Hm. Okay. Äh. Was muss ich denn jetzt machen? Hm. 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 Was soll ich vielleicht dasselbe Spiechen jetzt nochmal? Schwupp, 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 schwupp. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich die ja hier rüberziehen. Hui. Huch. Ah. Ah. Boah. Der wäre ja noch fast von dem Ding erschlagen worden, ey. So, da komme ich schon mal da hoch, glaube ich. Komme ich da hoch? Nö. Hä? Muss ich da ein Türmchen bauen, oder was? Hm. Äh. Wie gut. Wie ist das jetzt gedacht? Hm. Naja, vielleicht muss ich auf die eine Kiste drauf. Ja, es ist zu kurz. Um dann hochge... Gebeamt zu werden. Keine Ahnung. Probier ich es einfach mal. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Bevor die Kiste sich umdreht. Waaah. Ja, doch. Hat geklappt. Einfach schnell weg jetzt. Genau. Zack. Aufzugsspiegelchen. Hoh. Können wir hier unten irgendwas machen? Nö. Ja, dann fahren wir mal hoch. Genau. Ähm. Ähm, ähm, ähm. So, fahren wir das Ding nochmal runter. Und nochmal hoch. Ha. Ha. Wow. Richtiger Headshot gegeben. Verdammt. Da habe ich ein bisschen gepennt. War ich ein bisschen zu lahmarschig? Höh. Nicht doppelt. Genau. Jetzt wieder hoch. Sehr schön. Jetzt wieder runter. Jetzt wieder hoch. Und. Genau. Zack, 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 zack. So, dann haben wir schon mal die Kiste da unten. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Was haben wir hier vorne? Okay, das zielt bis da drüben hin. Ich weiß jetzt nicht, ob wir soweit schlittern können. Oh nein. Ja. Okay. Oh Gott. Meine Gedärme splattern da erst mal weg. Ja, ist es denn wahr? Okay, das fand ich jetzt aber auch ein bisschen kurios, dass ich mich da festhalten konnte. Das beziehungsweise mich dahinter verstecken konnte. Der Maschinenpistole, ist es denn wahr? So, und jetzt wieder hoch. Und jetzt. Ne, das hat nichts gebracht. Verdammt. Genau. Und hopp. Genau, den fahre ich wieder runter. Muss ich die ein bisschen weiter nach vorne schieben, aber nicht wieder ganz, sonst stehe ich da wieder ein bisschen blöd. So, dass ich da auch schön hochkomme. Ah, genau, so sollte passen. Und hopp. Und hopp. Und juhu. Gucken, was uns hier vorne erwartet. Gar nichts, oder was? Ah, okay. Ah, okay. Da muss ich jetzt ein bisschen mit dem Timing arbeiten. Da muss ich jetzt ein bisschen mit dem Timing arbeiten.